Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich aufputzt, so eine Lichtschalter-Steckdosen-Kombination fachgerecht anschließen und somit auch anklemmen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen, somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltblatt an, wie das Ganze hier dahinter eigentlich richtig funktioniert. In meinem Fall komme ich mit einer 3-artigen Zuleitung, nimm 3x1,5mm² zu meiner Verteilerdose, von daraus geht es weiter mit einer 5-artigen Leitung zu meiner Steckdosen-Lichtschalter-Kombination und dann weiter mit einer 3-artigen Leitung zu meiner Lampe. Der blaue Neutralleiter wird hier oben erst einmal auf meine Lampe angeklemmt und in der Verteilerdose hier geht es direkt runter zu meiner Steckdose. Genau dasselbe Spiel haben wir auch mit dem grün-gelben Schutzleiter, erst einmal wieder auf meine Lampe und anschließend hier direkt auf meine Steckdose runter. Der meist braune Außenleiter, der geht jetzt in meine Verteilerdose hinein, von dort aus mit dem braunen Leiter direkt runter zu meiner Steckdose. Aber hier oben wird auch noch der schwarze Leiter angeschlossen, denn dieser geht jetzt erst einmal auf die Eingangsklemme L bei meinem Lichtschalter drauf. Von dort aus wird das Ganze geschalten, danach habe ich meine Ausgangsklemme, welche normalerweise mit so einem Pfeil gekennzeichnet ist und von hier aus geht dann der korrespondierende Leiter, in meinem Fall grau, wieder zu meiner Verteilerdose und dann als brauner Außenleiter direkt zu meiner Lampe. In der Praxis kommen mit der 3-artigen Zuleitung direkt in meine Verteilerdose hinein, von dort aus geht es mit einer 3-artigen Leitung weiter zu meiner Lampe hier hoch, wie man diese übrigens fachgerecht anschließt, dafür habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht. Und dann geht es mit einer 5-artigen Leitung weiter zu unserer Steckdosen-Lichtschalter-Kombination und das Gehäuse hier habe ich auch schon mit den entsprechenden Schrauben festgemacht und natürlich davor mit einer Wasserwaage sauber ausgerichtet. Alle 3 Leitungen meiner Verteilerdose habe ich übrigens schon um ca. 15 cm abgemantelt und 1 cm hier von dem Mantel in meine Dose überstehen lassen, dass ich einfach auch eine entsprechende Zugentlastung habe. Außerdem sollte man darauf achten, dass man solche Schellen zur Befestigung von den Leitungen maximal 10 cm von der Dose bzw. auch von dem Gehäuse hier entfernt anbringt und meine Leitung hier unten habe ich jetzt noch ca. 20 cm ab dem Eingang in das Gehäuse noch länger gelassen. Und jetzt muss ich das Ganze mal hier unten abmanteln und achte darauf, dass natürlich auch hier 1 cm noch bei meiner Leitungsdurchführung hier dann reinschaut. Wenn wir das haben, können wir erst einmal den Steg hier in der Mitte herausnehmen und auch unsere Leitungsdurchführung hier oben. Normalerweise sollte da jetzt auch schon noch mit drin sein, wenn nicht, dann müssen wir dieses natürlich nachträglich noch machen. Und jetzt gebe ich einmal diese Leitungsdurchführung richtig rum auf meine Leitung hier von unten drauf. Schaue, dass ich das Ganze natürlich über den Mantel auch noch drüber bekomme. Das geht bei einem 5-Arting etwas schwerer. Und jetzt ist aber wichtig, dass wir das Ganze etwas weiter nach oben schieben und anschließend wieder zurückziehen. Das hat einfach den Sinn. Jetzt stirbt sich nämlich der Gummi hier oben um. Dadurch kann sich auch kein Wasser hier oben bilden. Und wir können das Ganze jetzt auch schon wieder in unser Gehäuse hier hinten hineingeben. Wenn wir das haben, habe ich den braunen Außenleiter, den blauen Neutralleiter und den grügelen Schutzleiter mal etwas auf die Seite genommen, da wir diese Leiter ja anschließend für die Steckdose hier unten benötigen. Und hier auf der rechten Seite ist jetzt noch mein schwarzer und mein grauer Leiter, den ich erst einmal etwas über die Hälfte hier abkürze, da ich diese zwei Leiter ja nur für den Lichtschalter hier oben benötige. Danach isoliere ich mir mal alle Leiter hier unten auf genau 11 mm ab, so wie es für meinen Lichtschalter und vor allem auch für die Klemmen für die Steckdose geeignet ist. Und danach kann ich die Leiter für die Steckdose schon etwas nach hinten geben und meinen Steg hier in der Mitte wieder einsetzen. Ich verdarte jetzt zuerst einmal meinen Lichtschalter und deswegen habe ich auch schon den schwarzen Leiter hier oben bei der Eingangsklemme L draufgeklemmt und mein grauer Leiter, den gebe ich jetzt hier unten mal auf die linke Klemme anschließend noch drauf. Wenn der korrespondierende Leiter wie bei mir links angeschlossen wird, dann wäre das Licht im Moment aus und würde jetzt angehen, so wie es normalerweise auch sein sollte. Und wenn ich aber den Leiter hier auf der rechten Seite anklemmen würde, dann wäre das Licht jetzt im Moment aus und es würde jetzt angehen. Bei mir passt es aber soweit, weswegen ich den Einsatz jetzt auch schon in mein Gehäuse hier hineingeben kann und anschließend gebe ich einmal noch diesen Deckel hier oben drauf und schraube natürlich auch mit den zwei Schrauben hier fest. Wenn auch das geschehen ist, kann ich meine Blende hier vorne mal noch richtig rum drauf geben, mit etwas Schmack jetzt hineindrücken und somit ist mein Lichtschalter hier oben auch schon richtig angeschlossen. Und jetzt kümmern wir uns mal noch hier unten um die Steckdose. Ein kleiner Fehler ist mir jetzt doch noch unterlaufen und zwar sollte man hier den Neutralleiter und auch den Außenleiter um ca. 1 cm abkürzen, dass einfach der Schutzleiter etwas länger ist. Das hat jetzt den Sinn, dass im schlimmsten Fall, falls die Steckdose irgendwie einmal herausgerissen werden sollte, der Schutzleiter ja länger ist und somit auch als letztes fliegt. Und dadurch haben wir einfach den besten möglichen Schutz. Jetzt passt es aber wieder, weswegen wir unseren Steckdose-Einsatz auch schon richtig anklemmen können. Ich persönlich mache hier links immer den blauen Neutralleiter drauf, in der Mitte kommt der grün-gelbe Schutzleiter hin und hier rechts dann der braune Außenleiter. Welche der beiden Klemmlöcher wir jetzt verwenden, ist übrigens vollkommen egal, da diese elektrisch miteinander verbunden sind und für eine zweite Steckdose benötigt werden. Noch hierfür habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht und außerdem könnten wir noch den blauen Neutralleiter und den braunen Außenleiter hier vertauschen, da das Ganze auch andersrum funktioniert und hier es einfach keine Richtlinien gibt. Wichtig ist jedoch, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man im Haushalt immer dieselbe Belegung hat. Ich habe hier links immer meinen blauen Neutralleiter und rechts immer den braunen Außenleiter. Wenn auch das passt, kann ich meinen Einsatz mal hier hinten in das Gehäuse wieder richtig hineingeben und anschließend meine Blende hier vorne aufsetzen. Wenn es dann auch passt, dann einmal wieder die beiden Schrauben hier festdrehen. Und schon ist meine Kombination richtig angeschlossen und als nächstes müssen wir hier oben die Verteilerdose laut Schallplan noch fachgerecht verdrahten. Hierfür lege ich mir erst einmal meine drei grün-gelben Schutzleiter mit genug Reserve auf der rechten Seite zurecht. Danach mache ich dasselbe Spiel mit den drei blauen Neutralleitern. Jetzt nehme ich mir mal noch den braunen Außenleiter meiner Zuleitung und den braunen und schwarzen Außenleiter, welcher von meiner Lichtschalter-Steckdosen-Kombination nach hier oben kommt. Und zum Schluss den grauen korrespondierenden Leiter, welcher ebenfalls von unten kommt und meinen braunen Außenleiter, welcher jetzt hoch zu meiner Lampe geht. Sobald alles vorbereitet ist, kürze ich die Leiter mal noch alle mit einem Seitenschneider auf dieselbe Länge ab und isoliere sie jetzt wieder alle auf genau 11 Millimeter für meine Klemmen. Jetzt die Leiter mit den richtigen Klemmen dementsprechend miteinander verbinden. Und wir können danach die Klemmen nach oben schauen und hier in unserer Verteilerdose einmal noch sauber verstauen. Anschließend natürlich den Deckel dementsprechend wieder drauf machen. Und jetzt gebe ich mal Spannung auf das System und schaue mir natürlich das Ganze auf Funktionalität noch an. Die 230 Volt Spannung liegen bei unserer Steckdose hier unten auf jeden Fall an und auch wenn ich den Lichtschalter mal betätige, würde ich sagen, schaut das auf jeden Fall super aus. Und somit haben wir auch schon unsere Lichtschalter-Steckdosen-Kombination hier fachgerecht angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Aufputzlichtschalter-Steckdosen-Kombination, verschiedene Leitungen oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video dir zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.